Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier im TSW3, heute mal von der Strecke Rhein-Ruhr-Osten im Intercity 2 in einem Szenario von dem guten Cold Magics, wir fahren hier nach Hagen. Abfahrt ist in ungefähr zwei Minuten. Geschoben werden wir heute ausnahmsweise mal auf einer Verkehrsroute, 146 und keiner in der Intercity-Lackierung, aber sei es drum. Ich würde sagen, wir steigen einmal ein, rüsten auf und öffnen die Türen, schalten die PZB an, die LZBs ebenfalls an, Bremsschlüssel auf an, Zugbremse ziehen wir mal leicht an, dann Spitzensignale, der Intercity fährt hier aus, der ICE auch, sehr schön. Ah, der Intercity fährt doch nicht aus, aber der ICE fährt auf jeden Fall aus. So, dann schauen wir mal, Türwaldschalter, es passt zweizuglich, da machen wir an, Spitzensignale sind an, hinten haben wir zweimal rot. Genau, wir können mal ganz kurz schauen, was da hinten dran ist, am Intercity, da vorne dran, ja, haben wir nur 101, sehr schön. Okay, dann sind wir eigentlich soweit, nahezu abfahrbereit. Türen lasse ich noch ein Sekündchen auf, dann können wir jetzt einmal hierhin drehen und mal die Sonnenblende runter machen. Ich weiß nicht, ob das Licht hier an ist, können allerdings tatsächlich mal den Fahrgästen Licht anschalten. Ja, wobei nehmen wir hier, ich dachte ganz kurz, dass wir rollen, das wäre gruselig. So, zurück in den Führerstand, Tür zu, da ist noch eine S-Bahn, so, dann haben wir eigentlich alles. Oberleitungsstrom ist an, Türen sind soweit alle zu, dann würde ich sagen, Bremse lösen und langsam Leistung aufschalten. Hier im Steuerwagen, kann auch hier das Fenster runter machen. Wir befreien uns mal. So, Ausfahrt ist gegeben mit 60. Wir können noch gerne ein bisschen mehr Bewölkung uns reinmachen, dann haben wir etwas mehr Kontrast hier, dann sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Da fährt noch ein Talent 2 ein. So, ab hier dürfen wir jetzt gleich auch 100 fahren. Oh, sehr schön, eine kleine Parallelausfahrt. Schön, schön, schön. So, wir dürfen jetzt mal auf die 100 hoch, dann machen wir das auch, wir haben heute keine Zwischenhalter, das heißt also, wir fahren einmal durch, direkt bis nach Hagen. Können wir hier in das Display, so, dass wir die Fahrmotoren im Blick haben, was die so machen. Wobei, an der S-Bahn. Na, FB haben wir leider nicht. Die ist im Steuerwagen in der Regel nie verbaut und ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ob das irgendwas, irgendeinen technischen Hintergrund hat oder nicht. Also falls das jemand weiß, warum Steuerwagen keine AFB haben, das würde mich mal sehr interessieren. Das ist ja bei den Intercity Steuerwagen auch so. Also bei den Intercity 1 Steuerwagen. Wir sind ja hier im Intercity 2 unterwegs. Dem, ja, Teppich RE, wie er ab und an mal auch genannt wird. Uh, sehr schön, da kommt uns nur 185 entgegen von RTB. Sehr schön, also wir dürfen 130 fahren und das können wir aber direkt lassen, weil wir runterbremsen müssen, denn wir haben halt zu erwarten. Tja, wir bremsen und bestätigen selbstverständlich mit PZB wachsam. Bin mal interessiert, was da vor uns langtuckert. Vermutlich ein Regionalexpress, da kommt uns noch ein Güterzug entgegen. Sieht aus wie bespannt mit einer 185. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen runterbremsen. Da vorne ist unser HP0 zeigendes Signal. Moin, Doppeltraktion. So, 500 Herzmagnet, da ist er auch schon. Und wir halten an. Unterwegs sind wir übrigens hier im Intercity 2045, der nach Dresden fährt. So, und wir versuchen ganz langsam anzuhalten. Und ziehen die Bremsen jetzt nochmal an. Gut, dann stehen wir jetzt vor dem Signal. Und müssen warten. Das nutzen wir nochmal kurz für eine Gelegenheit, um ein Foto zu machen. Das Video, das Szenario ist in der Videobeschreibung drin. Der Link dazu. Aus dem Creators Club. Und die Repaints sind vom guten Spami. Ja, heute mal ausnahmsweise mit einer Verkehrsrouten 146. Von DB Regio haben wir uns die ausgeliehen. Von, äh, ne, anscheinend von DB Schenker. Okay. Ähm, das glaube ich zwar nicht, aber so ist das halt. Leider ohne Zugziel. Wobei, wie doch vorne. Hä, stand da nicht gerade eben noch Hagen? Ist das dieser Bug, dass man mit der Kamera einmal so weit wegfliegen muss? Und wenn man dann wieder zurück da ist, dann ist die, äh, dann sind die Zugzielanzeigen plötzlich auch wieder da. Schauen wir mal. Ne. Signal ist aber immer noch rot. Dann können wir mal gucken, ob wir das nicht selbst irgendwie einstellen können. Da ist das Gerät. Aachen, Hagen. Wir würden gerne nach Dresden. Ich weiß aber nicht, ob es nur Anzeigen nur, nur Stationen sind, die irgendwie was mit der Strecke hier zu tun haben. Das wirkt nämlich auf mich so. Das sind nämlich alles Ziele aus dem, aus Nordrhein-Westfalen. Hagen, na, Hagen wäre auf jeden Fall schon mal was, ne? Das ist ja in dem Sinn unser nächster Halt. Hm. Okay, ich würde sagen, weil das, glaube ich, alles, ähm, genau, ja, das sind alles Ziele in Nordrhein-Westfalen, dann bleiben wir mal bei Hagen, weil wir eh nicht Düssel, ähm, Dresden finden werden. Das ist Essen. Jetzt sehe ich gerade nicht, was wir da haben. Essen, Stehle. Hagen, es gibt nur Hagen-Vorhalle. Okay, dann ist das jetzt Hagen-Vorhalle. Wir hören auf zu trödeln und fahren mal weiter. Vmax25. Oder? Gab es nicht noch gerade noch Hagen? Nö. Hagen-Vorhalle. Jetzt haben wir es hier auch stehen. Hagen-Vorhalle. So, dann hoch auf die 130. Ob das so viel Sinn ergibt, weiß ich nicht. Wir stehen ja vor einem Zug, äh, wir fahren ja einem Zug hinterher. Von daher wäre es vielleicht sinnvoller, die Geschwindigkeit ein wenig zu reduzieren und nicht sofort wieder Vollstoff zu geben. Vielleicht fahren wir einfach mal mit 100 weiter erstmal und beobachten, wie das so ist dann mit den Signalen. Das war der RE5 vermutlich, denke ich. So, wir fahren mal 100 weiter. Ich meine, das ist der RE5, der Richtung, nee, warte gar nicht. Ja, ich überliege gerade. Wuppertal, nee, weiß ich gerade nicht. Ich habe es, glaube ich, gerade mit Oberhausen verwechselt. Was mir übrigens oft passiert, dass sich Wuppertal und Oberhausen miteinander verwechselt und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Oh, schön. Sehr schön. Ein Zug, der hier einfach noch rumsteht. Dieses Bild kennt doch jeder, oder? Dass man unter einer Brücke herfährt, meistens mit dem Auto und da drüber ist halt oder auf der Brücke steht dann ein Güterzug. Das ist doch so ein Bild, das hat jeder schon mal gesehen. Zu den Talents 2 gibt es übrigens laut Szenario-Beschreibung ein passendes Repaint in National Express Lackierung. Ich habe es allerdings leider nicht gefunden. Daher fahren die jetzt bei mir hier in Verkehrsrot rum. Aber anscheinend gibt es auch die Möglichkeit, dass man da entsprechend das Repaint runterlädt und dann sind die Talents 2 hier nicht in Rot, sondern in Blau-Weiß von National Express. Allerdings, wie gesagt, ich habe das Repaint leider nicht mehr gefunden. Genauso für die 146, auch da gibt es wohl ein passendes Repaint. Aber das, was da verlangt wird, das habe ich leider nicht gefunden. So, ich glaube, wir können mal ein bisschen beschleunigen. Okay, wir können es auch wieder lassen, denn wir haben halt zu erwarten. Bestätigen wir und wir halten an. So, das Vorsignal ist für uns. Wir rollen jetzt einfach mal. Das bestätigen wir natürlich. Und da vorne ist auch schon das Hauptsignal. Oder? Doch, da ist es. Oh, das ist ein ICE 1. Sehr schön. Mit Sound-Mod, natürlich. So, die S-Bahn fährt jetzt rechts aus. Und wir halten an. Die wird dann jetzt gleich da vorne, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, wir sehen sie nicht mehr. Doch, wir werden sich jetzt einmal ganz kurz sehen, wie sie da einmal dann vorbeifährt. Ja, einmal hier in den Tunnel rein, über die S-Bahn-Gleise. Okay, unser Signal sagt, dass wir fahren dürfen. Das machen wir mit Vergnügen. So, befreit haben wir uns und fahren weiter. Oh, ich sehe ein rotes Signal vor uns. Kann das sein? Ja. Deshalb lassen wir jetzt einfach mal wieder nur rollen. Jetzt geht es, glaube ich, eh ein bisschen bergauf. Ja, ordentlich. Das heißt also, wir müssen da gar nicht großartig bremsen. Ein bisschen Leistung schalten wir mal auf. Noch ist es ja ein ganzes Stück bis zum Haltzeigenden Signal. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr wir ankommen sollen, aber bei dieser Schleichfahrt heute glaube ich nicht, dass wir einen Fahrplan einhalten können. Ah, das Signal ist anscheinend umgesprungen. Dann dürfen wir 85 fahren. Und gucken, dass wir uns vielleicht gleich befreien können, sobald die 1000 Hertz Beeinflussung verloschen ist. So, das ist sie jetzt. Und wir haben uns befreit. Wir müssen aber, wie gesagt, jetzt nicht so extrem viel Leistung aufschalten. Können da ganz langsam beschleunigen. Und müssen natürlich wachsam sein, ob der nächsten Signalbilder. Denn vermutlich wird das nächste eh schon wieder uns einen Halter ankündigen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich glaube, jetzt hier hinter der Linkskurve wird das Vorsignal stehen. Wir haben ja schon die Vorsignalbarken hier rechts. Ja, gut, das Vorsignal zeigt uns tatsächlich, dass wir Freifahrt haben. Ja, ich beschleunige jetzt nicht. Wir lassen einfach nur rollen. Den Rest macht die Gravitation und die Fliehkräfte. Wir dürfen eh nur 120 fahren. Also nehmen wir jetzt mal die E-Bremse rein. Das geht gerade eh bergab. Uh, eine 110. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Güterwagen haben auch einen echt guten Sound, ne? Das klang gerade richtig gut. Übrigens durchgehend hier von 55 bis 60 FPS. Ja. So, ab hier sind es 150. Also man merkt so anhand der Szenarien, wie gut die Strecke sein kann, wenn der Fahrplan noch ein bisschen besser wäre, als er aktuell ist. Also wenn wir noch ein bisschen mehr so Fernverkehr und sowas hätten, wenn uns tatsächlich mal auch im Fahrplan ICE und sowas entgegenkommen würde, das wäre schon unglaublich. Das wäre richtig gut. So, wir dürfen 150 fahren. Das heißt also, wir lassen jetzt einfach mal runter, wir lassen jetzt einfach mal rollen. Dann müssen wir gar nicht selbst Leistung aufschalten, sparen damit Energie und schonen die Umwelt. Jetzt können wir die dynamische Bremse, die E-Bremse lösen, anziehen und können damit sogar noch ein bisschen Energie zurückspeisen. So, zu schnell sollten wir allerdings nicht werden. Aber wir dürfen 160 fahren. Allerdings ist da eine Ankündigung auf 150. Ja gut, dann bleiben wir bei den 150. Signal zeigt freie Fahrt. Ab hier gelten dann die 150, da kommt uns was entgegen. Sieht aus wie Fernverkehr. Noch ein IC2. Sehr schön. So, Ankündigung auf 100. Dafür nutzen wir jetzt mal die Zugbremse mit dazu. Und da haben wir auch schon halt zu erwarten, die Langsamfahrt zu erwarten. Ab hier gelten noch die 100 und wir bestätigen. Wir sind wachsam. Und haben, ja steht jetzt nicht, welche Geschwindigkeit angekündigt ist. Ich denke mal, es wird 60 sein. Ich danke Ihnen. wir haben die herz beeinflussung aus dem licht heraus ja okay da kann ich jetzt da kann ich jetzt nichts mehr wirklich mal behaupten das ist glaube ich dieser back hier mit einem falschen pzp-magneten so hauptluftleitung 5 bar hauptluftbehälter 10 bar fast das leer und wir rollen auch schon das ist aber knapp so 500 herz würde müsste jetzt hier ausgehen bestätigen muss man das signal trotzdem haben jetzt v max 45 und sind jetzt gleich in hagen angekommen so da erstreckt sich auch schon der hagen der hauptbahnhof der in der realität nicht der allerschönste bahnhof dafür auf der welt ist muss man leider offen und ehrlich zu gestehen und wir rollen ein auf gleis 3 der ausstieg befindet sich in fahrtrichtung links so da ist auch schon das halbzeigende signalen und wir halten an wir sind komplett am bahnsteig jawoll dann machen wir die türen auf und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet spaß und seid beim nächsten mal wieder mit dabei macht es gut tschüss ciao und auf wiedersehen